Das neue Taktikgewehr ist nun in meinen Händen. Wie die Odin aus MW, ne? Das finde ich schon mal ganz cool, muss ich sagen. Ja, da komme ich erstmal trotzdem überhaupt nicht drauf klar. Das war jetzt einfach nur Fail. Jetzt eigentlich zwei, drei Kugeln mit einer Seil oder wie ist das jetzt hier eigentlich bei der... Ich weiß nicht, ob ich die gar nicht angegucke. Ich finde eine Burst dafür. Jetzt halt die Frage, reicht eine Burst aus? Oh, Waffen testen, das macht auch mal so'n Spaß. Aber dafür bräuchte ich halt auch erstmal so'n Waffenkill halt, ne? Um die halt auch mal so langsam einordnen zu können, so'n bisschen. Hm. Also momentan muss ich ja echt sagen, nicht so geil wie erhofft. Zwei Eliminierungen, aber nicht einen Kill davon. Ach Leute, ey, wenn man das hier schon wieder sieht, ne? Diese droidige Rumcamper immer. Oh, schon mal, wie ist das? Schon mal ein Dreifachabschuss. Das ist schon mal gut. Und Waffe ist schon mal Level 2. Schon mal besser wie Level 1. Da ist gleich einer durchgerusht. Achso, da könnte man auch hingucken. Okay, okay, okay. Das ist aber so'n bisschen das Blöde, wenn man die Map nicht kennt und dann auch nach 12 gegen 12 spielt. Das sind Herausforderungen. Die sind nicht ganz so, ne, ne. Hab ihn erwischt! Lässt sich aber auch geil trägern, ne? Das hat schon was. Lass mal so'n bisschen drauf einspielen. Aber der Kugelschaden ist dafür nicht ganz so hoch, ne? Das müsste man dann so'n bisschen mit den Aussätzen wieder wettmachen, guck. Kontrollier deine Ziele! Feindliches Spionage-Flugzeug im Anflug. Ölal! Wie schnell reagiert er denn? Was? Das war mir dann doch ein bisschen zu heftig. Sie haben aber auch nach dem Sprint schnell rein in die Würfe. Feindliches Geschirr der Eisner-Fritz. Ah, jetzt kannst du auf der Dau wieder hingucken. Hm, ich weiß aber nicht so richtig, wie wir hier laufen sollen. Das ist echt schwierig auf der Map. Wollen wir hier jetzt eigentlich auch lang? Gerne. Oh, Schatten? Heute aus der Hüfte ist hier halt Ofen-Arsch. Hehehe! Das ist aber hehehe! So ein Freak-Kill. Rrrt, 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 rrrt. Und bis er dann in die Mobile fällt, das ist geil. So was fühlt sich gut an. Nope. Ah, geh weg! Ach, Mensch. Also wie sich auch mal die solche wirklich davon halten sollte. Muss man doch unbedingt mal auf eine andere Tasse legen, dass man da nicht öfter mal so aus Versehen rauskommt. Hört sich halt auch nicht geil an. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Im Sommer durch Neu. Fahrt zurück. Lager-Kill. Kontrollier deine Ziele. B wird gesichert. Schade, da habe ich gereicht. Aber es macht doch Spaß hier, das Ding. Muss ich ja sagen. Das ist ja nix. Äh, ich habe wieder nichts hier sehen, ja. Ich weiß nicht, ob Kimmon Korn wirklich so geil ist. Es ist halt nicht wirklich präzise. Beziehungsweise kann ich irgendwie mich nicht wirklich auf das Korn konzentrieren. Hm. Na, ich glaube, hier kommt noch ein Visier rauf. Ja, das könnte man natürlich auch machen. Das ist mal ja eh. Na, kann ja mal, wie sieht man jetzt nicht so häufig, wa? Sieht man jetzt ehrlich gesagt eigentlich gar nicht. Na gut. Wie läuft es denn hier überhaupt? Ja, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Aber Zeit für so ein paar Kills, ne? Krieg ich aber einfach nicht hin. So, gehen wir mal da hoch. Wir müssen mal ein bisschen defensiver spielen. Ey, wie schnell man hier überhaupt schon wieder gemäht wird, ey. Wie willst denn du da Kills machen? Nsch. Wahnsinn. Man. Ich bin nicht gekillt. Gibt's ja mal voll vergessen hier die Nummer. Hm. Hm. Oh man, ey. Ah, erster Waffeneinsatz ist irgendwie so eine Fünfe. Aber eher so... Deswegen und so. Weil halt einfach überall hingestellt wird und du kommst nicht mal mehr raus, die laufen aus dem Spawn. Also dieser Spielmodus ist halt irgendwie scheiße. So zwölf gegen zwölf ist irgendwie nicht cool, ne? No way. Krass. Irgendwann verlieh ich mir wirklich nicht so, kann das sein. Oder es wird einfach nur, weil ich schlecht bin. Ja, wo du hier hinguckst und guckst irgendwie immer irgendein Gegner in der Fresse. Wahnsinn. Wir nehmen Bravo ein. Wir sind in den Einsatz. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. So, da runtergefallen? Und so. Super schlecht von mir aber auch, ne? Superschlecht. Krass. Das fühlt sich echt nicht cool an. Hallo. Schön. Alter. Das kannst du doch niemandem zeigen, ey. Gibt der das an? Ist das euer Ernst, ey? Alter. Also zwölf gegen zwölf ist nicht cool auf diesem Netz hier. Echt nicht cool. Also man könnte sich natürlich jetzt hier auch irgendwo in die Ecke stellen und rumcampen. Gegner rennen ja hier mehr als hier noch rum. Da wirst du wahrscheinlich auch deine schöne KD machen. Und vor allem auch positiv spielen. Aber das ist, ne, nicht bei mir. Sowas mach ich nicht. Manchmal, wenn ich halt auf Waffentarnung spiele, bin ich auch sehr, sehr defensiv, um halt so die letzten Kills zu bekommen für die Tarnung. Ähm, zum Beispiel so ein Blutrünstiger oder sowas. Und da bin ich auch viel, viel die Offensive. Aber das ist dann, glaub ich, auch ein bisschen was anderes. Äh, trennen so viele Leute durch die Gegend. Irgendwie trüftet mich. Ich hab die einfach nicht gekillt. Weil, glaub ich hab ja jetzt ja nicht so schlecht gezielt sogar. Vielleicht hab ich's nur noch eingebildet und hab doch ganz schlecht gezielt. Kann ja auch sein. Tch. No way, Digga. No way. Fahr ich jetzt hier. 20, 30. Alter, ist jetzt schlicht. Immerhin hab ich jetzt hier den einen oder anderen Waffenlaufsatz erspielt. Schon mal. Ey, was hier so hart in den Arsch getreten war. Und dann nochmal nachgetreten und dann mit der linken Seite auch nochmal. Krass. Ach, scheiße. Ich krieg's ja an, Alter. Was ist hier los? Was, eine scheiß Runde. Wir müssen nur das Kampfgebiet verlassen. Krass. Also, erster Waffentest ist mal richtig nach hinten los wieder. Aber so richtig. Extrem schlechte Runde von mir. Extrem fiese Lobby generell. Das in der Kombi war einfach nur ne Kackrunde. Oh. Ah, wie ja. So ist das manchmal. So ist das manchmal. So. Gucken wir mal. Jetzt haben wir auf jeden Fall nen Lauf, Minder und nen Visier. Naja, immerhin. Feier. So. Gucken wir mal. Lass das mal testen. Erstmal Sachen aufhauen. Man hat ja eh noch gar nix zur Verfügung. Ein bisschen was ist besser als gar nix, wa? So. Und dann haben wir hier Stellung. Ich find der Herrschaft ja cooler. Und dann würde ich sagen, machen wir auch noch ne zweite Runde in der Folge. Heute macht mal nen kleinen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder. Mal schauen, ob wir hier auch ein bisschen was besseres hinbekommen als in der ersten Runde. Das war ja ne totale Katastrophe. Aber ich bin mir nicht zu fein, sowas halt auch zu zeigen. Das ist mir sowas von Wayne. Denn Rolf gehört halt dazu bei mir. Ganz einfach. Wir sind an der Spitze. Das hat natürlich alles andere als schön anzusehen. Aber zwingt er mich auch keiner hier anzuschauen. Ich bin da hinterher. Ich hab nicht mehr hier gesehen. Aber ich mag das jetzt hier wieder. Den Fight um B. Das ist immer echt cool. Ist natürlich kacke, wenn hier dann schon fünf, sechs Leute schon hier hocken und genau die gleiche vorhaben wie ich auch. Da kann ich gar nicht rüberschießen so in der Hocke. Dann brauchen wir einen anderen Spot. Oh. Das ist doch schon mal okay. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Ich glaub ich brauch doch keinen neuen Spot. Ist er jetzt da tot? Oh. Ist das ein hartes rumgecampt jetzt von mir hier? Aber hier ist halt richtig was los gerade an dem Spot. Granate geht raus. Und von daher lassen wir das jetzt so einfach so wie das. Nice. Guck mal hin an. Erstmal gnadenlos gemacht. Alles super unverdient. Überhaupt gar keine Frage. Macht das nicht nach dem, ne? Ah, Bär. Es funktioniert gerade. Let's go. Und ich bin nicht gut genug, um das jetzt hier auch andersrum hinzubekommen. Haben wir jetzt hier die beiden Punkte? Und das gilt es jetzt zu verteidigen. Das halten wir nicht mehr lange durch. Gehen wir aus der Latichte. Gehen wir aus der Latichte. Gehen wir aus der Latichte. Alter, das sieht eklig was ich hier mache. Aber ich schreib das jetzt hier echt in die Spitze. Das ist mir jetzt auch egal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal hier so eine Vorwärtskiste. Eigentlich sieht man schon ganz anders aus. Das ist so eklig, ne, dass hier diese Kämpen manchmal aber auch so hart belohnt wird dafür. Nicht cool, nicht cool. Danke. So, Waffe ist jetzt schon mal Level 7. Ah, das Visier passt sehr gut, ne? Vielleicht noch ein anderes Fadenkreuz rein? Äh, das hat sich jetzt gelohnt. Ich guck aber auch nie auf die Punkte. Ey, ey, ey. Na, guck mal, er hat auch die Kniffte. Aua, ein deutlich gelderes Fadenkreuz drin. Ah, die Waffe hat weit. Also, gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als die DMR-14, muss ich sagen. Hm, ob ich sie jetzt dauerhaft spielen werde? Hm. Das kann ich noch nicht beantworten. Dafür muss ich sie noch ein bisschen länger spielen. Aber ich glaube, dass sie mir auch schon besser gefällt wie die M16. Irgendwie hat die was. Wir liegen in Führung. Feind hat Alpha eingenommen. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Kriegt die dauerhaft nicht mit Inner Survey Killed auf dem Kopf. Das ist so ein bisschen... Hm. Das fühlt sich halt auch nicht so stark an, ne? Aber mal gucken. Da sind ja jetzt auch noch keine Ufsätze drauf, die man Ufsätze nennen kann. Das sind nämlich noch so müchtige Ufsätze. Naja, da müssen ja dann noch hier Stabilisatoren, was für den Rückstoß betrifft und sowas. Das kommt ja alles erst noch. Und so ein bisschen die Feuerreichweite erhöhen. Also, dass der Kugelschaden halt... Oh. Schade, jetzt wollte ich mir ja zu viel. Aber Spaß macht's halt. Ich mag ja diese Trigger halt wie Sau, ne? Das macht halt echt Laune. Aber so Sniper-Duelle sind halt irgendwie so... Hm. Da macht halt den Snipern halt echt nicht mehr Spaß. Weil du kriegst halt den Sniper halt mit Inner Survey halt auch nicht gekillt. Feindliches Spionage-Flugzeug über euch in Position. Das ist immer das Durchschneid. Okay, wir haben immer wieder hier. Macht hier mehr Laune auf der Seite. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, so gut wie es schon wieder angefangen hat, so wurde es auch schon wieder jetzt echt schlechter. Feindliches Spionage-Flugzeug über euch in Position. Ah, geh weg! Ah, das ist nicht mehr gut. Das ist nicht mehr gut. Hallo. Ich traf die nicht mal? Oh Mann ey. Mann, bin ich schlecht. Ich komm mit dir fahren kurz, ja nicht klar. Da bin ich echt penibel, ja. Sobald das nicht passt. Kann ich, oh komm, geht's noch mal. Feindliche Spionageabwehrflugzeug in meinem Flug. So eine Hassliebe vielleicht, könnte man so sagen. Voll auf den Kopf diese, hat nicht gereicht. Kann ich mir leben. Kommt, guck, guck, guck. Ah, kacke. Das sind dann halt wieder die Leute, die halt wirklich dann nur dastehen. immerhin wir hingenommen. Immerhin wir hingenommen. Das war geil. So, ist hier wieder Irgendwald in der Luft. Gut. Das war weg. Da bricht alles auseinander in der Luft. Guck. 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 Aber anstatt einem Sturmgewehr ist das echt eine Alternative. Den Bursting hier. Aber mittlere Distanz halt dann doch den höheren Kugelschaden irgendwie hast. Aber sonst, puh. Ist halt nicht leicht, ne? Ist halt nicht leicht. So, Tamayo. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen Griff. Größeres Magazin. Herr Kipper darf hier aber eine schöne Quote hingelegt. So, gucken wir mal. Ähm. Vielleicht wieder so ein anderes kleines Visier. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Das Visier aus Fadenkreuz. Machen wir mal hier. Genau. So. Dann brauchen wir. Das kann erstmal drin bleiben. Genau. Das war das. Aus der Hüfte. Warum nicht? Jetzt haben wir noch so einen Griff, ne? Genau. Noch ein bisschen mehr Präzision. Und ich glaube, dann haben wir doch eine halbwegs anständige Folge zusammengekriegt, wa? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Genauso wie den Abonnier-Button zu klicken, weil das kann nichts muss. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wa? Ciao, ciao. Ciao.